Dann mal sofort Schlachtenglück auf mich. So. Und ich würde sagen, jetzt gibt es mal eine Runde Hammer der Götter für alle. Und zwar gleich drei. Hoho. Womm. Oh, das ist Schaden. Ja, das trifft sich gut, würde ich sagen. Womm. Slats gegen anscheinend Skorpionmenschen oder so. Tja, tja. So, zerballert. Jetzt noch ein paar Bolzen rein. Das funktioniert noch besser als vorher. Also alles ist herrlich. Alles ist toll. Bomm. Roter Slat, der ist gleich weg. Hoffe ich zumindest. Bomm, der ist weg. Grüner. Fällt auch gleich um. Ja, falle um. Sehr gut. Noch ein roter. Hier gibt es direkt mal gute Erfahrungen. Lecker, lecker. Okay, er hat nicht mitgekriegt, dass er sterben soll. So, mal alles plündern, mache ich Offscreen-Festblatt, ihr wisst. Okay, dann will ich mal schauen, läuft auch schon, ob ich den, ach so, hier, ah, hier ist doch noch ein Weg hier rüber. Ist das jetzt die Abkürzung wieder zum Eingang? Könnte gut sein. Ja, Schaden bekommen, herrlich. Ein paar rotes Slats laufen hier rum. Joa. Der Bär wird die schon zerlegen, denke ich. Wenn er irgendwann trifft. Oh. Oh, 21. Lecker. Ach, drei Rote. Nicht so schlimm. Alles klar. Fangen wir die schnell um. Dann ist gelähmt. Okay, dann haben wir hier den Weg zum Eingang wieder. Dann hier diese Tür noch überprüfen. Störbe schon. Ich packe schon mal die Zungen ein. Okay. So, und den letzten, ah, und Steinhaufen gibt es auch noch. Ja, nimm alles mit. Ist schon recht. Egal, einfach alles einstecken. Wir haben wenig Festplatte. Wir müssen uns beilen. Gut. So, dann diese Eingangstür. Ewig her, dass wir hier waren. Und wir fallen immer wieder Felsen auf den Kopf. Irgendwie unangenehm. Irgendwie etwas unangenehm. Aber naja. So, und hier drin haben wir Oh, anscheinend überhaupt nichts. Ja, das ist ja unschön. Die Halle da vorne macht einen unsicheren Eindruck. Die Decke sieht aus, als könnte sie jeden Moment einstürzen. Hm, unschön. Na gut, dann laufe ich mal schnell wieder zurück in den Mittelraum dort. So, dann haben wir zur Auswahl im Prinzip hier eine Spalte im Boden und hier zwei Türen. Kann ich die Türen benutzen? Ja, ich... K... Äh... Action. Grauer Slard. Okay. Ah ja. Okay. Die meinen es wohl ernst. Schauen wir mal, ob wir die noch geschafft kriegen. Ihr müsst nicht zu mir kuscheln kommen. Ich hab dafür Bären und sowas. Oh, das sind eine Menge. Das sind echt Gefahr. Aber dafür fallen sie doch relativ schnell. Das geht ja nicht. Oh. Das war mein Bär. Und dieser Zauber war einer der schönsten Magierzauber, die es gibt. Magische Geschosse. Auch wenn das hier schon der magische Hagelsturm sein könnte. Die geupgradete Version von den magischen Geschossen. Au, 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 au. Das tut weh. Bär, hilf mir doch. Boah, der meint's ernst, der Typ. Ich glaub, das schaffen wir so nicht. Und der Herr zaubert noch mehr herbei. Ach, wie geil. Geh weg. Abstand. Okay, Donner ist... Nee, Donner liegt noch hier. Nee, das schaff ich diesmal nicht. Aber ich hab auch nicht mehr die Festplatte. Also, laden. Mein Quicksafe war hier vor der Tür. Genau. Gut. Tja. Dann müssen wir uns leider beide... Ich würd's jetzt so gern machen. Aber wir müssen uns leider alle bis zum nächsten Mal gedulden. Ich geh mal die Videos umwandeln. Und wenn das fertig ist, kann ich vielleicht heute schon wieder weitermachen. Mal schauen, wie sich die Zeit jetzt noch ergibt. Ich danke euch fürs Zusehen. Das Spiel macht riesen Spaß. Auch wenn die PL am Ende... Da ich noch das Addon durchspielen werd mit demselben Charakter. Das nächste Addon könnte sein, dass ich die 200 Parts knack in dem LP. Aber was soll's. Egal. Wenn das Spiel so toll ist, dann ist es halt so toll. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Oh, mir fällt noch was ein. Ich darf ja nicht bescheißen. Auch ganz schnell. Let's play NWN Part 08. Nicht, dass ihr meint, ich bescheißen. So, alles klar. Bye, bye.